Wunderschön. Tores Tagebuch. Ja, wunderschönen guten Morgen Tore. Guten Morgen. Du und die Coaches habt ja Garderoben vor Ort. Was haben denn die Coaches da für Specials drin? Zum Beispiel Nena bekomme ich manchmal mit, die lässt sich ganz gerne frische Himbeeren bringen. Das ist so ein Ding, was ich schon mal mitbekommen habe. Und die Bossers-Jungs haben, glaube ich, immer eine gute Flasche Whisky in ihrer Garderobe stehen, die sie nach Feierabend dann da trinken. Ja, ja, das kennen wir von Energy in the Park. Da hatten sie schön Rum und Jägermeister in diesem Jahr. Ja, und wie sieht deine Garderobe aus? Das ist meine größte Garderobe, die ich je hatte. Ich habe hier sogar einen kleinen Arbeitsplatz. Ich habe eine Sitzecke und meine Klamottenecke ist nicht so groß, weil ich ja wirklich nur zwei Outfits habe. Die Coaches haben sehr, sehr viel mehr. Die haben so einen ganzen eigenen Raum dafür. Dann habe ich noch einen Kühlschrank mit einem Special-Getränk, was ich mir gewünscht habe und einem Feierabendbier für nach der Show. Und das war es schon.